Unsere Hunde zeigen uns auf unterschiedlichste Weise, dass sie uns respektieren. Anhand welcher Verhaltensweisen und Gesten du den Respekt deines Hundes erkennen kannst, erfährst du im folgenden Video. 1. Mitarbeit Ein sicheres Zeichen, dass ein Hund seinen Menschen respektiert, ist, wenn er beim Training motiviert mitarbeitet. Viele Fellnasen haben einen Will-to-please gegenüber ihrem Halter und lieben es, mit ihm zu trainieren und neue Signale zu erlernen. Der Vierbeiner bringt seinem Menschen also Vertrauen entgegen und die Bereitschaft, sich von ihm leiten zu lassen. Um sich diesen Respekt zu verdienen, ist es für den Menschen ganz wichtig, seinen Hund mittels positiver Verstärkung zu erziehen. Diese Methode fördert kooperatives Verhalten und macht dem Hund auch noch Spaß. Außerdem verrät die Körpersprache auch viel darüber, wie viel Respekt ein Hund gegenüber seinem Herrchen hat. Ein neugieriger Blick, gespitzte Ohren und eine entspannte Körperhaltung unterstreichen, dass der Hund auf seinen Halter fokussiert ist und seine Anweisungen ernst nimmt. 2. Blickkontakt Häufiger und intensiver Blickkontakt weist darauf hin, dass der Hund seinen Halter respektiert und er Wert auf seine Meinung legt. Außerdem zeigen unsere Hunde auf diese Weise auch ihre Zuneigung, denn durch Blickkontakt wird das Wohlfühlhormon Oxytocin ausgeschüttet, und zwar bei Mensch und Tier. Der Augenkontakt zwischen uns und unserem Hund ist ein Kommunikationsmittel, das eine tiefe Verbindung fördern kann. Fellnasen, die gerne Augenkontakt aufnehmen, zeigen eine intensive Bereitschaft, mit ihrem Halter zu interagieren. Er ist außerdem ein Zeichen dafür, dass ein Hund seinen Menschen schätzt, ihm gegenüber offen ist und ihm vertraut. 3. Ruhiges Verhalten Zeigt dein Hund ruhiges Verhalten, wenn du in seiner Nähe bist, ist das ein Zeichen dafür, dass er dich respektiert und dass er sich in deiner Gegenwart sicher fühlt. Er passt sich deinem Tagesablauf mit all seinen Ritualen und Routinen an und ist zufrieden, dass er bei dir ist. Dadurch, dass dein Vierbeiner nicht die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit einfordert oder unruhig wird, sobald er nicht im Mittelpunkt steht, zeigt er dir seinen Respekt, denn er weiß, dass er niemals zu kurz kommen wird. Ein Hund passt sich an die Launen seines Menschen an. Bist du also ruhig und ausgeglichen, hat auch dein Liebling in den meisten Fällen keinen Grund dazu, sich entgegengesetzt zu verhalten. 4. Keine Ressourcenaggression Hunde, die ihren Halter respektieren, sind dazu bereit, ihre Ressourcen mit ihm zu teilen. Vierbeiner sind von Natur aus territoriale Tiere, die dazu neigen können, ihr Futter und ihre Schlafplätze und auch ihr Spielzeug zu verteidigen. Teilt deine Fellnase ihre Besitztümer mit dir und überlässt sie dir diese sogar ohne Knurren und Murren, ist das ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass er dich vollkommen respektiert. Dieses Verhalten zeigt auch, dass dein Hund keine Angst hat, dass seine Ressourcen gefährdet sind. Dass er diese sogar mit dir teilt, ist außerdem ein riesengroßer Vertrauensbeweis für dich. 5. Körperliche Nähe Hunde, die gerne nah bei ihrem Halter sind und sogar aktiv seine Nähe suchen, respektieren diesen sehr. Vor allem, wenn sie bei Angst Schutz bei ihrem Menschen suchen, spricht das für einen großen Respekt und unerschütterliches Vertrauen ihm gegenüber. Tun unsere Vierbeiner das, sehen sie uns als sicheren Hafen und Beschützer in jeder noch so bedrohlichen Situation. Aber auch wenn deine Fellnase gerne kuscheln kommt und am liebsten in deiner Nähe schläft, bedeutet das, dass sie dich respektiert und sich bei dir geborgen fühlt und dir vertraut. 6. Kein dominantes Verhalten Hunde, die ihren Halter respektieren, zeigen ihm gegenüber kein dominantes Verhalten. Dominantes Verhalten kann sich auf verschiedene Weisen bemerkbar machen. Zum Beispiel, wenn die Fellnase bewusst den Lieblingsplatz ihres Menschen besetzt und aggressiv darauf reagiert, wenn sie weichen soll. Ebenso fällt das aktive Nicht-Befolgen und Ignorieren von Signalen darunter. Ein Vierbeiner, der seinen Halter respektiert, hört auf dessen Anweisungen und beansprucht das gemeinsame Zuhause nicht als sein alleiniges Territorium. Wenn dich dieses Thema gefesselt hat, interessiert dich bestimmt auch noch, wie dein Hund dir sagt, dass er dir vertraut. Klick einfach auf das Bild, um dir unser Video zu diesem Thema anzusehen. Klick einfach auf die